Was ist denn hier los? Ich bin doch hier in den Bach hineingegangen. Wieso hat mir keiner gesagt, dass die Anna da hinein gepieselt hat? Das muss doch einer gesehen haben. Da lassen die mich da hinein marschieren in den Bach. Ich schrubbe hier rum in die Fressnei und so. Da war die Anna ein paar Minuten vorher drin, hat gepieselt hier. Und ich denke, super hier, schön Wasser hier, schön frisch. Also, dass da keiner was gesagt hat. Das muss doch einer irgendwie gesehen haben. Und hier, was soll denn das hier im Dschungelcamp? Das darf doch nicht wahr sein hier. Vielleicht geht der nächste hier, mit dem Tippe hier, braucht Wasser für den Kaffee hier. Für den Fake-Kaffee hier, Spinnen-Kaffee hier. Und dann hast du da die Piesel drin hier. Was ist denn hier los, hier in dem Dschungelcamp? Hier, Hunger habe ich sowieso auch keinen. Was weiß ich, was die hier hier alles hinstellen. Hier, ich gucke mal hier. Und ich würde gerne mal wissen, wer das gesehen hat hier. Dass die dann ein gemacht hat hier. Bis dann hier. Bis dann. Bis dann.